Guten Morgen zur Frühstücksbörse am 17. Juni. Tja, heute Märkte munter wohl auf, entsprechend das Virusproblem, was wir vor wenigen Tagen hatten, scheinbar schon verdaut und somit drehen die Aktienmärkte natürlich wieder fleißig auf, denn wen kümmert das Geschwätz von gestern? Auf der einen Seite ja große Demos gegen Corona in Deutschland verboten, aber wenn es dann mit der Rassismuskeule aus der amerikanischen Seite kommt, sind dann 50.000 Menschen auf der Straße ja gern gesehen. Also mit zweierlei Maß gemessen hier, keine Doppelmoral von mir predigend, aber ein Stück weit in Frage stellen. Entweder sind Demonstranten vielleicht immun, jedenfalls die, die gegen Gewalt gegen Schwarze demonstrieren und diejenigen, die allerdings gegen, ja, Gewalt gegen das Virus demonstrieren, entsprechend schlecht. Wie auch immer, meine Meinung jedenfalls, ja, fragt sich gerade hier, was denn jetzt eigentlich richtig und was jetzt eigentlich falsch in den Märkten ist. Egal, diejenigen, die mit mir per Facebook befreundet sind, an meinen Post vielleicht, ey, Carola, lang nicht mehr gesprochen, musste gerade an dich denken, nämlich genau in diesem Sinne, diejenigen, die mit mir bei Facebook befreundet sind. Und schöne, Carola empfiehlt sich übrigens als Facebook-Freund sehr gut, denn bei Carola gibt es immer schöne Weinfotos aus dem eigenen Garten mit leckerem Gläschen und der Sonnenstuhl daheim geht scheinbar mindestens genauso gut wie mir. Von daher Lebensfreude und ein Gläschen in der Hand immer positiv. Ja, gerade hier einen kleinen Cappuccino gebaut, deswegen hier 30 Sekunden verzögert der Start hier. Allerdings sehen wir gerade in den Märkten und wie gesagt, diejenigen, die im Netz ein bisschen recherchieren wollen, ja, weiß ich nicht, nicht nur sie sind vielleicht unter den Zweiflern bei mancherlei Äußerungen und wie mit zweierlei Maß gemessen wird, aber ich entsprechend bin, entsprechend, weil meiner Meinung nach auch gerade an dem Punkt, dass ich nicht mehr genau weiß, in welche Richtung, in welche Richtung hier die Märkte gehen. Aber ganz witzig, ganz interessant, für diejenigen, die noch nicht genau wissen, jetzt hier die neue Gefahr, ganz gefährlich hier. Also, Hunde sind seltener betroffen als Katzen, Hühner gar nicht, aber Vorsicht, sie müssen entsprechend auch die Meldepflicht bei ihren Haustieren nachkommen. Also, man riecht richtig schön nach vorne hier und das wird mit Sicherheit erst der Anfang sein. Angst vor irgendwelchen Dingen, Themen habe ich eigentlich nicht, aber man muss sich schon echt wundern, wie dieser Herdentrieb hier insgesamt einfach diesem riesig großen Corona-Problem hinterherläuft. Da müsst ihr jetzt die aktuellen Zahlen nochmal anschauen, wie gesagt, aber insgesamt, ja, keine Ahnung, ich munter freue mich jedenfalls jeden Tag wieder aufs Neue, wenn es aber spannende Nachrichten gibt und dann entsprechend auch noch die Informationen dazukommen. Ja, ja, ist auch wichtig, das muss auch gemacht werden, denn wir könnten uns ja alle mit diesem Virus anstecken. So, am besten weiterhin auch schön daheim Kondom aufziehen, wenn sie abends ins Bett gehen und schlummern gehen, könnte ja passieren, dass dort etwas Schlimmeres passiert. Entsprechend also auch wie hier in Thailand gerade im Auto fahren, schön Autofenster schalten zu, Klimaanlagen natürlich nur auf Umluft, damit es auch im Auto sich dann weiterhin frisch atmen lässt. Aber auch im Auto alleine sitzt natürlich die Corona-Maske nicht vergessen, denn auch die soll ja vor Schaden bekanntermaßen schützen. Vorteil ist, sie können sich dann wenigstens sich selber noch ein erneutes Mal anstecken mit einer zweiten Corona-Infektion. Aber positiv, und das ging eigentlich hier gerade auf der Tagesschau-Seite weiter, sehe ich Positives bei der Wasserstofftechnik und Kaufnamen auf HIV. Ja genau, das heißt glaube ich anders, ist nicht das menschliche HIV, ist ein anderes Virus, was aber auch, glaube ich, geimpft werden kann, wenn ich mich richtig entsinne. Sagt Birgit hier und Carola sagte, sie arbeiten zurzeit in Schichten bei der Post und das macht sich schlecht mit der Frühstücksbörse. Okay, alles klar, ja sonst einfach mal den Job an den Nagel engen, Carola, Frühstücksbörse ist wichtiger, kannst du deinem Chef gerne sagen, gibt von mir entsprechend auch ein Schriftstück, was dann dazu führen könnte. Übrigens, die Post ist ja eigentlich das größte Briefkastenunternehmen der Welt, fällt mir gerade auf der Seite auch nochmal ein. Dann Wasserstoff, LKW in die Zukunft und wir sehen es ja durchaus positiv und da stimme ich insgesamt zu. Da gibt es ja auch viele Querdenker, die sagen, dass der gesamte CO2-Ausstoß insgesamt ad absurdum geführt werden wird aktuell und das ja durch die einbrechenden Transporte bzw. durch das Einbrechen des Verkehrsaufkommens trotzdem genauso viel CO2 weiterhin versprüht wird weltweit. Ob es der Fall ist, weiß ich nicht, würde mich nur stark wundern, denn diejenigen, die mir mit Sicherheit zustimmen werden, die vor die Haustür gehen, schon merken und das sehe ich hier auch in Asien, vielleicht subjektiv, aber schon merke ich es auch hier in Thailand, dass einfach die Luft besser wird. Meine Schwester in London bestätigt bei ihr Düsen ja im wahrsten Sinne des Wortes am Tag wahrscheinlich mehrere hundertfache Flugzeuge herüber und sie sagt selber auch, dass die Luft dort viel besser geworden ist. Also egal ob es CO2 oder irgendwas ist, auf jeden Fall stellen wir einen frischeren Atem fest. Wir sehen Delfine, wo sie bis lange Zeit nicht mehr gesehen wurden waren. Auf der anderen Seite sehen wir NEL hier, Wasserstoffaktie, können wir gleich, wenn wir dies wissen, nicht handeln. Ich fand das Thema nur spannend und wir gehen mich da weiter auf der Suche. Auf der einen Seite, Andreas heute Morgen auch schon gesagt, hier ein starker Trend und logisch ist er natürlich genauso dabei. Durchaus auch spannende und gute Variante. Allerdings sehe ich auch hier schon wiederum eine leichte überkaufte Möglichkeit. Also der Markt schon wiederum heiß gelaufen. Hier 20 Noki-Kronen entsprechend kostet aktuell hier NEL Wasserstoffunternehmen. Glaube ich, kleine Hütte, richtig groß sind die gar nicht. Müsste ich nochmal reinschauen, steht es hier drin, Balance-Sheet, Anzahl der Angestellten. War nicht so richtig viel. Genau, hier, also ist ein kleiner Laden. Quasi der EDEKA bei Ihnen nebenan als Aktiengesellschaft jetzt mal stumpf übersetzt, natürlich nicht ansatzweise. Market Cap 25 Billiarden. Hier, ja, den nächsten Mal. Genau, also die sind auf jeden Fall stark positiv, kleines Unternehmen. Aber Wasserstoff als Lösung für alle möglichen Verkehrsprobleme. Vielleicht durchaus positiv zu sehen hier und mit Sicherheit vor allen Dingen, denn hinten raus kommt ja entsprechend kein Kohlenstoffdioxid bei der Verbrennung, wenn ich mich richtig entsinne, sondern entsprechend weniger CO2-Ausstoß, mit dem es dann hier weiterhin funktionieren soll. Also können wir mal anschauen und auch weiterhin gucken, welche Möglichkeiten es dort gibt. Zurück wiederum hier in Richtung Corona-Infektionen. So sehen wir aktuell, dass hier Flugreisen rund um Peking oder außerhalb der Metropole dort erst einmal scheinbar ein wenig eingedämmt werden. Und natürlich weiterhin auch die Nachrichtenlage rund um das Virus hier weiterhin Vormarsche mitbringt. Trotzdem die Lage wiederum positiv. Und da sind wir mal hier mit zwei Möglichkeiten nach vorne geprescht. Zum einen könnte der DAX weiter zulegen. Wir sehen es hier, aber hier latente Short-Positionen, die gerade mir hier nicht um die Ohren fliegen, aber die weiterhin ein wenig gegen mich laufen. Trotzdem sehe ich weiter jetzt hier im DAX Positives, das heißt, der Markt konnte sich ja in dieser Woche am Montag technisch massiv positiv entwickeln. Gestriger Handelstag dann Doji-Kerze, wie so oft nach einem bärischen Tag positiv und andersrum sehen wir entsprechend auch hier durchaus positive Momente. Der Markt legt schon zu, das heißt, hier eine kleine Position auf der Long-Seite, ob wir dort auch den Gewinn vielleicht schon hier unten auf der Ebene rausnehmen müssen, weiß ich nicht. Aber erstmal als Variante, vielleicht ein bisschen höher gelegt, macht glaube ich erstmal Sinn, könnte das ein schöner Day-Trade werden. Tagesbasis haben wir uns angeschaut, die sieht positiv aus. Vier Stünder sieht auch positiv aus und hat auch hier diese Docht-Bewegung auf der unteren Seite. Wir sehen also durchaus hier im Trend, dass hier einiges möglich sein könnte. Und der Markt vielleicht, obgleich wir immer noch unter dieser Unterstützungszone handeln, hier aber immer noch auf breiter Front hier, auf einer breiten Zone handeln. Und diese Zone durchaus sich hier weiterhin präsentieren könnte. Also Widerstand dort, Unterstützung hier rechts, sieht eigentlich lecker aus und dürfte für weitere Bewegungen auf der oberen Seite sprechen. Die Möglichkeiten jedenfalls hier noch auf der Long-Seite hier sprechen. Nachfrage nach Turbinen ist da. Andreas, okay, meintest du in Bezug auf Wasserstoff wahrscheinlich? Ja, kann gut sein. DAX also Long-Seite wäre jetzt die eine Variante, die ich mir jedenfalls hier überlegt habe, die im Markt durchaus passen könnte und hier für weitere Long-Möglichkeiten natürlich dabei stehen könnte. Gucken wir uns weiter um, sehen wir allerdings auch im Gold durchaus Positives. Denn der Goldpreis handelt auch schon hier mit Ausbruchspotenzial und just in dem Moment, wie wir gerade hier sprechen, bin da schon long drin, sehen wir nämlich, dass der Markt sich auf der oberen Seite hier aufwärts bewegen könnte. Der Stundenchart signalisiert uns hier Möglichkeiten und zwar hier die Möglichkeiten, dass wir dort nach oben einen Ausbruch gerade vorbereiten. Je kurzfristiger wir uns die Zeithorizont anschauen, desto mehr Positives sehe ich an sich sogar ebenso. Das heißt, aktuell reine Gegenbewegung an diese Trendzone heran, genau wie wir es gerade angesprochen haben. Und selbst im Vierstünder sieht das Ganze positiv aus. Auch hier haben wir letzten Handelskerzen, die positiv dastehen, dann seitwärts, bis wir auf diese oder durch diese Widerstandszone herausgebrochen sind. Ob diese Zone jetzt eine Wichtigkeit hat, sei mal dahingestellt. Wir könnten genauso argumentieren, dass diese Zone aktuell noch nicht überwunden wurde, also diese horizontale Ebene, die wir hier sehen. Aber was ganz klar hier eintritt und das gerade so meine Verteidigung auf allen Ebenen, auf allen, auf sämtlichen Niveaus hier, was eine Long-Möglichkeit hier anbelangte, definitiv zeigt, dass hier Potenzial besteht und der Markt, wie gesagt, hier durch diese Pinnbars langfristig gesehen und dann auch durch den Tagesschart einiges an Aufwärtspotenzial mitbringen könnte. Also entweder Gold oder DAX oder beide, aber wie gesagt, Möglichkeiten hier im langfristigen Chart, im Daily Chart sehen wir im Gold. Auch da tendiert der Markt weiterhin mit eher Long-mäßigem Potenzial hier. Und wenn wir dann uns bis auf die Wochenebene sogar weiter bewegen, sehen wir sogar auf der Wochenebene hier Positives. Auch hier, wie gesagt, Potenzial auf der oberen Seite. Und gleich ist natürlich dann ebenso auf Monatsebene. Auch auf der Monatsebene spricht hier eigentlich so einiges. Erst einmal dafür jedenfalls, wobei natürlich, obacht hier, eine Monatskerze, die geht, hatte ich ja in den letzten Tagen schon gesagt. Die Aktienmärkte haben auch schon wieder stark korrigiert. Natürlich, die Monatskerze braucht noch ein paar Tage, bis wir hier entsprechend eine in Stein gemeißelte Kerze dann, oder ein Hämmerchen, ein steingemeißeltes Hämmerchen, könnte man vielleicht sagen, wir sehen. Und die Märkte schlussendlich den Trend vollziehen. Aber auch hier Bullish dabei, Bullish dabei auf der oberen Ebene und Bullish natürlich auf Long-Ebene mit weiterhin hier voller Kraft voraus. Also alle Crash-Propheten, die sich ja hier weiterhin tummeln und weiter davon ausgehen, dass die Märkte weiter sich positiv bewegen, bekommen vielleicht recht, wenn sie natürlich hier von einem zulegenden Goldpreis ausgehen. Denn der Goldpreis, der bewegt sich ja bis dahin, die eigentlich positiv, ich sehe da jetzt jedenfalls keine Korrektur, die anstehen könnte. Plus, oder das natürlich hier auf der anderen Seite dann Minus in dem Fall, der Punkt, sollte entsprechende Gold, sollte entsprechend Gold korrigieren, könnte es daran liegen, dass zu Anbeginn jedenfalls der Aktien, wem auch der Short sagt, sollten denn die Aktien irgendwann mal korrigieren, behördliche Aktien, wie ich es ja gerne nenne, hier verboten. Einfach aufgrund der Interventionen der Notenbanken sehen wir wirklich weiter rasant steigende Kurse. Jetzt geht es ja weiter auch darum, dass auf der US-Seite durch die Federal Reserve entsprechend, also nicht nur Staatsanleihen, sondern nicht nur Anleihen, sondern auch Unternehmensanleihen gekauft werden und die natürlich zu einer weiteren Verwässerung der Märkte führen. Denn egal, was passiert, alles wird scheinbar jedenfalls ja erst einmal dort aufgesogen, was aufgesogen werden kann. Gold also Long spricht vielleicht auch zu einer anderen Idee und einer anderen Position, die kam auch von Andreas vorhin und zwar eine Euro-Yen-Position auf der Short-Seite. Euro-Yen auf der Short-Seite, wir haben den Markt Long gesehen, wo wir sehen hier zweierlei. Zum einen könnten wir favorisieren, dass der Euro weiterhin fest high handelt gegenüber zum Beispiel dem US-Dollar und weiterhin auch gegenüber dem Euro natürlich. Aber was wir hier sehen, das ist eine klare Trendlinie nach unten, die allerdings erneut angetestet werden könnte. Das heißt, wir haben gerade diese Zone, die wir hier sehen und da würde ich um die 120 oder 120, 50, 120, 55 würde ich reingehen. Andreas hat gesagt, glaube ich 120, 45, also ein bisschen sicherer, tiefer. Gucken wir uns den Detail gleich an. Trotzdem, der Markt könnte natürlich weiterhin bullisch sich bewegen, aber auf der anderen Seite auch sich erst einmal zwischendrin, hier auf der Short-Seite abwärts bewegen, in dem Versuch, diese Trendlinie noch einmal anzutesten, bevor dann der weitere Ausbruch dann erfolgt. Sehr oft treffen wir das ja hier im Markt wieder, dass der Markt sich an eine Zone weiterhin heranbewegt, zum Beispiel, wir haben sie ja schon hier markiert, die Zone, die grüne Zone hier, Unterstützung, Markt steigt wiederum hier mehrfach geschehen. Dann fällt der Markt ab und zwar ziemlich stark, wir nennen uns hier fette Verkaufskerze hier auf der Short-Seite, lief dann wiederum direkt bis an diese Zone magisch heran, die sich dann als Widerstandszone entpuppt. Und dann im zweiten Atemzug, dann fällt der Markt wirklich auf der unteren Seite ab. Gleiches könnte natürlich auch hier passieren, quasi spiegelbildlich rübergeklappt. Hier Markt steigt stark, läuft zurück, fällt an die Zone heran und läuft dann weiter. Das heißt, selbst wenn der Markt sich bullisch auf der Monats- oder Wochenebene bewegt, könnte zwischendrin vielleicht hier auf Tagesebene Short-Potenzial ausgelotet werden. Und das ist genau unsere Idee hier. Irgendwo im 120, 50, 55, für Andreas, 45er-Bereich Short. Ich würde meinen Stop-Loss bereits hier in dieser Ebene festsetzen wollen, denn der Euro und der Yen, die bewegen sich, war der aktuell ziemlich stark. Wir erinnern uns vor geraumer Zeit, aber ich glaube hier Short gegangen. Ich glaube hier Short gegangen und ich habe den Trader relativ lange ja noch halten wollen in der Erwartung, dass der Markt doch wieder dreht. War nicht der Fall gewesen. Stattdessen liefen wir raketentechnisch nach oben. Daher gehe ich lieber ein Stück weit früher raus. Sollten wir nicht direkt hier in unserer Short-Seite uns weiterhin bewegen. Ansonsten hat Andreas natürlich auch recht. Auf Wochenebene wäre er mit einem Stop-Loss hier bei einer 124, 10 drin. Gebe ich ihm ganz klar recht. Auf der Ebene passt also auch. Heißt natürlich aber auch, dass wir auf der Short-Seite dann wiederum hier ein wenig länger unseren Trade laufen lassen müssten. Wir haben jetzt hier nach oben dann 350 Pips und bräuchten dann immer nach unten entsprechend mindestens auch wiederum 350 Pips. Und das würde beinhalten, dass wir hier ein wenig länger den Trade laufen lassen müssen, um zumindest unser Risiko bei einer Gewinneinheit gegenüber einer Verlustseinheit wiederum im Zaum zu halten. Meine Variante wäre eher die etwas risikofreudigere vielleicht hier, 120, 50, sagen wir mal, in den Markt zu gehen. Stop-Loss hier 130 Pips hochzusetzen hat den Vorteil, wir haben bereits hier 120, 130 Pips auf der Zone hier, der 119er Zone, runde Kursmarkt in dem Fall, wo der Markt erwartungsgemäß dann entweder weiterhin steigt oder vielleicht sogar zurückfällt. Dann eventuell hier auch bis zum nächsten Kursziel. Das heißt, die Variante hier würde eine V-förmige Erholung des Yen wiederum hier, da wir ja die ganze Zeit hier von der V-Rakete sprechen, wäre eine V-förmige Bewegung auf der Short-Seite. Durchaus logischerweise mit dem Goldpreis korrelieren, Risk of Euro verliert, Yen gewinnt, Goldpreis steigt, Aktienmärkte fallen. Da die Aktienmärkte weiter nicht fallen, sehen wir das hier nicht unbedingt, aber kleines Anzeichen könnte vielleicht auch zu einem fallenden Euro und scharkenden oder erstarkenden Yen führen. Wenn wir uns hier den Dollar anschauen, und zwar der Dollar gegenüber dem Japaner, hantiert hier leicht unterhalb der Unterstützungszone, würde ich bisweilen sagen. Also US-Dollar sehen wir ja gerade etwas schwächer, weiterhin gerade gegenüber dem Euro wiederum, also schwächelt der US-Dollar etwas. Der Yen kann ein wenig hier quasi gewinnen, allerdings auch nur marginal, wenn wir uns das Ganze anschauen, sehen wir nämlich hier Euro-Yen, jetzt muss ich da die Tagesschaften anschauen, Euro-Yen dümpelt hier so auf diese Seitwärts-Ebene herum, genauso tut es auch hier oben dann der Euro-US-Dollar, der dümpelt auch auf diese Seitwärts-Ebene. Das heißt eigentlich kein so richtiges Eigenleben im US-Dollar gerade, kein so richtiges Eigenleben im Yen gerade, denn die Euro-Yen-Bewegung rührt rein, scheinbar gesehen jedenfalls aus dem Yen her, und die Euro-Dollar-Bewegung rührt auch scheinbar hier aus dieser Seitwärts-Bewegung des Euro in dem Fall hier auch her. Das heißt, wir haben den Yen nicht mehr uns parallel dazu mit weiterer Stärke gerade beglückt, das heißt aktuell vielleicht erst einmal abzuwarten. Trotzdem, Dollar-Yen habe ich auch gerade ein wenig hier wiederum eher auf der Short-Seite meinen Bias umgestellt, denn was wir sehen können, das Ganze hier ist eigentlich bullisch, also wer der mag, war ja hier ausgebrochen, ich muss die Zone noch einmal markieren, damit es Ihnen klar ist, nicht bitte einmal aufschreien, mal kurz hier da, und zwar geht es mir hier um diese Zone. Die haben wir ja eigentlich nach oben hin bereits verlassen, dann doch wieder nach unten verlassen, entsprechend sind wir zurückgelaufen, sind sogar tiefer gelaufen, und das schreit ja eigentlich eher danach, dass hier auf Wochenebene einmal hoch runter, diese Railroad-Tracks, die Eisenbahnschienen grob übersetzt, bullisch und wiederum bearisch, jetzt würde man von einer bearischen Trend-Fortsetzung ausgehen, vielleicht wie es auch hier der Fall gewesen war, das sind natürlich jetzt Extrembewegungen, aber ich würde durchaus davon ausgehen, dass wenn der Markt sich um diesen 107, 106, 108er Bereich vielleicht festhält, hier noch immer die Gefahr bestehen könnte, dass wir weitere Verluste an den Märkten hier sehen. Gleiches gilt es dann natürlich auf dem Tagesschart ebenso, auch hier sehen wir, dass wir hier immer noch unter oder quasi dran an dieser Handelsbox uns bewegen, heißt, wir sind nach unten gelaufen, dann ging es am Freitag letzter Woche wiederum hoch, da haben wir dann eine positive Handelskerze hier sehen können, also bullisch dürfte sich positiv nach oben bewegen, allerdings bis oder seitdem bewegt sich der Markt nicht ansatzweise bullisch, im Gegenteil, wir sehen hier ein Herumdümpeln auf der Seitwärts-Ebene und das führt aktuell eher dazu, ja, dass der Markt kaum Potenzial hier zeigt, für mich jedenfalls gesehen kaum Potenzial mit einer bullischen Gegenbewegung zeigt, im Gegenteil, ich würde dann eher wiederum über diesen übergeordneten Trend quasi rüber wegschauen und dann sagen, okay, in welche Richtung tendiert der Markt denn eher schwach, heißt vielleicht eher dann auch auf der kurzfristigeren Zeitzone, also hier vier Stunden oder Tageszeitzone, die eher weiteres bearisches Potenzial mitbringen könnte, im Übrigen auch das hier, können wir natürlich auch nochmal, gibt es also viele Argumente für beides, das Problem der Markt hängt in einer Seitwärtsphase, schwierig gerade aktuell zu handeln, trotzdem sehe ich eher hier momentan jedenfalls weiterhin diese bearische Marktbewegung quasi im Vorteil, das übersetzt Dollar-Yen dann entsprechend auch hier für den Euro-Yen unterhalb der 120,50, 120,55 würde ich dann so sagen, könnten wir hier short gehen mit durchaus zwei validen Zielzonen, 119 glatt und dann hier unten, ja irgendwo, je nachdem wie, 118, 117,50 wäre dann so eins der nächsten oder eine der nächsten Kurszonen, die ich dann hier nutzen wollen würde, sollte der Markt jedenfalls sich hier mit Abwärtsdruck präsentieren. Also auch da hätten wir wiederum Gleiches an sich, der Trade ja kein unterschiedlicher, wie wir uns hier den anschauen, kein unterschiedlicher Trade im Vergleich zum Gold. Gold tendiert positiv auf der Long-Seite und spricht natürlich dann auf der Long-Seite gut und spricht natürlich auf der Long-Seite gut für weiteres Aufwärtspotenzial, Risk-Off also im Gold, Risk-Off im Euro-Yen vielleicht auch short. Demgegenüber spricht dann der DAX hier dafür, dass der Markt steigen könnte und ja, da sind wir ja zum Glück hier entsprechend heute auch mal reingelaufen, sollte der Markt also oder sollten die Aktienmärkte weiterhin behördlich angeordnet steigen, hier schön diktatorisch auf der Long-Seite unterwegs, könnte das natürlich ein wenig hier mal positiv auch was für uns auf der Gegenseite mitbringen. Also das, wie gesagt, hier noch die Variante, die ich ebenso sehe. Und damit käme ich eigentlich auch schon grob zum Ende hier, was jedenfalls meine Ideen, meine Handelsideen für den heutigen Tag anbelangt, sind ja auch durchaus einige an der Zahl. Um es zusammenzufassen, ich bleibe auch weiterhin noch immer Euro-Dollar auf der Short-Seite, also auch weiterhin sollte hier die 1,12, 1,1240er-Zone nach unten verlassen werden, würde ich dort durchaus weiteres Potenzial auf der unteren Seite sehen und entsprechend dadurch einhergehen, natürlich auch weiterhin hier die Short-Seite in Angriff nehmen wollen. Und auf der anderen Seite hatten wir ja dort gestern, vielleicht waren Sie auf der Short-Seite dabei, entsprechend Euro-Dollar hier, ich glaube hier diese Handelskerze, lief der Markt hier kurz nach oben, dann angetäuscht lief es dann nach unten für die VIP-Kunden und da ähnlich hat er gesagt, 1,1240 als Kursziel, also ziemlich spot on, würde ich sagen, haben wir dort mal wieder, endlich mal wieder einen netten Trade auch für uns kassieren können. Der Markt dann hier auf der kurzfristigen Handelsseite dann positiv auf der Short-Seite, also das passte erst einmal hier nach unten und insofern bleibe ich jetzt in der restlichen Position auch erstmal drin. Im Übrigen passt natürlich auch hier die Marktbewegung gerade, wenn wir uns das so anschauen, Euro-Dollar nach oben, schwacher Goldpreis, schwacher US-Dollar, schwacher US-Dollar könnte im übertragenen Sinne auch ebenso dem Goldpreis helfen, denn der Goldpreis, wenn er, tendiert schon nach unten jetzt gerade, genau, da sind wir auch gerade reingelaufen hier, sollte also der Goldpreis hier nach unten, geruht gerade der Stop-Loss, na, noch ein kleines bisschen haben wir den auch, aber der schwache US-Dollar normalerweise dürfte eigentlich auch an sich hier einen stärker zulegen, den Goldpreis auf der einen Seite beinhalten, auf der anderen Seite haben wir natürlich dann hier die Verschiebungen in Bezug auf Risk-Off, Risk-On und da sehen wir gerade vielleicht dann doch eher im überschwänglichen Sinne hier wiederum die Aktien positiv, das heißt, Long-DAX spricht für eher vielleicht fallende Goldpreise, wie wir es hier gerade hier sehen, dieser kurz vor Stop-Out, mehr Risiko will ich da jetzt nicht gehen und ja, wenn die Märkte im Laufe des Tages, kann der auch passieren, wenn der DAX weiterhin zulegt, zum ATR oben hin, hier am Widerstandspunkt, dann irgendwann scheitert, würde ich dort gewinnen, hoffentlich jedenfalls rausziehen, logischerweise sukzessive den Stop-Loss heute im Verlauf des Tages nachziehen, wäre meine Variante und dann gucken wir mal, was hier eben Euro gegenüber dem Yen passiert, kann ja auch einmal wieder schnell gehen, es kann auch mal wieder eine größere Kerze auf der unteren Seite geben, sodass dann auch wiederum Euro-Yen auf der Schauzeite auch ausgelöst werden könnte. Also de facto für Sie, der DAX Long passt auf jeden Fall, das ist die Variante A, Ölpreis legt auch eigentlich weiter langsam zu, da sind wir ja noch in unserem Long, auch in der neuen Long-Position drin, die könnte eigentlich auch hier weiterhin ausgelotet werden, auch da hilft natürlich ein durchaus schwächerer US-Dollar, der verteuert dann ganz klar den Ölmarkt ebenso und ansonsten die Aktienmärkte drücken weiter munter fleißig nach oben. S&P 500 noch nicht so ganz so stabil stark, gleichwohl auch der schon wieder die letzten Wochen Verluste wettgemacht hat, gleiches gilt nicht ganz für den Dow Jones, der hält ein wenig hier noch im Knick weiterhin und wir sehen wiederum die Technologiewerte hier, ja, drehen weiter auf, als gäbe es kein Gestern und kein Übermorgen, die Märkte ganz klar hier ja auf der Call-Seite stark über, über, überschwänglich positiv, wie gesagt, Hertz, Kapitalerhöhung respektive, muss ich auch mal reingucken, hier was bei Hertz am Ende jetzt noch los gewesen ist, die hatten ja noch mal eine Milliarde in Form von neuen Aktien herausgegeben, so nach dem Motto, erst mal Insolvenz anmelden, um dann hier die Kapitalanleger vielleicht auch noch mal ein bisschen mit billigen Aktienverhalten zu beglücken. Das sind nichts anderes als reinste Zockerpapiere, sie gehen ins Casino und ihr wird die linke Hand abgeschossen und dann versuchen sie mit der rechten Hand auch noch mal ein Chip vielleicht auf ihr Casino-Brett zu legen und dann wird ihnen die rechte Hand auch noch abgeschossen vom Casino-Chef im übertragenden Sinne. Und sie setzen immer noch weiter und rufen noch mal für Freunde an, die auch noch mal vielleicht für sie weiter zocken, denn es kann ja nur noch im Gewinn weiterlaufen. Also das aktuell der Markt hier etwas nach unten gedrückt, auch immer noch so, also vielleicht, wenn sie noch ein kleines Vermögen haben und daraus ein großes auch verlieren wollen, auch noch mal hier Herz kaufen, diejenigen, die vom Kopf her vielleicht nur noch hier Casino-Mentalität an den Märkten aktiv zeigen, zocken auch hier weiter, wie gesagt, für mich ohne Sinn und Verstand, aber das natürlich hier gerade ein Inbegriff, aktuell ist nicht mehr ganz so, von daher die Worte stimmen jetzt nicht ganz, aber der Inbegriff der überhitzten Zockermärkte, wenn jeder Taxifahrer, jede Hausfrau hier am Zocken ist, soll nicht heißen, dass Hausfrauen nicht zocken können an den Märkten, nur völlig aberwitzige Marktkonstellation, in der ja, wie wir es von Markus Koch von der Wall Street lernen, jeder Klappstuhl entsprechend hier den höheren Wert bringt, wenn man ihn in den Börsen notieren lässt. Also viel Erfolg, viel Spaß an den Märkten. Für mich hat das hier nicht mehr viel mit mit positiver Marktstrategie zu tun, sondern rein mit nur noch dabei sein zu wollen, aber in dem Fall hier wären alle die, die mir nicht zugehört haben, ja auf der richtigen Seite. Alle, die hier weiterhin long in den Märkten sind, können nur gewinnen. Wie gesagt, Verbote gibt es ja hier an den Märkten nicht. Kann alles nur steigen und logischerweise führen hier alsbald die Öffnungen auf der long-Seite weiterhin dafür. Meine eingänglichen Worte waren diejenigen jedenfalls von Pandemien in der Vergangenheit, sofern ich da recht recherchiert habe, dauerten im Schnitt immer. Zum Beispiel die Hongkong-Grippe in den 60ern. Im Übrigen gab es dort auch keine großen Aufschrei, sofern ich mich entsinne, dass wir so bekannte Woodstock-Festival in Amerika haben, während der großen Hongkong-Grippe, die im Übrigen weltweit einige, ich glaube es waren über eine Million Tote, hat stattgefunden. Aktuell aber sehen wir, dass wir hier eher vielleicht am Anfang der Pandemie wirklich gesehen, am Anfang der Pandemie, wenn sie denn weiterhin so gefährlich sich zeigte, sein könnten. Denn immer wieder zurückschwappen, und da würde ich erstmal den offiziellen Zahlen auch aus Peking glauben, die Stadt regeln, die nicht mal einfach so, oder Teile der Stadt Pekings regeln, die mal einfach nicht so ab, weil sie glauben, dass das einfach lustig ist, sondern ich kann mir schon vorstellen, dass durchaus dort eine gewisse Gefahr, jedenfalls zumindest eine Eindämmung gerade erzeugt werden soll, heißt, die Aktienmärkte treiben gerade ja hier eine v-förmige Erholung, die wir schon gesehen haben, weiterhin voran mit der Erwartung, dass auch schnellstmöglich bald Grenzen wiederum aufgemacht werden, dass die Wirtschaft wieder nochmal angekurbelt wird. Der Punkt muss nur ganz klar sein, China produziert weiterhin wieder, auf Teufel komm raus, China hat die Wirtschaft wieder hochgefahren. Die Frage ist nur, für wen produziert China? Das bleibt aktuell natürlich mir noch nicht ganz so beantwortet. Zum einen logischerweise für den Binnenmarkt, ganz klar, der dürfte auch weiterhin gefüttert werden, aber global gesehen, ich weiß es nicht, wie viel Sie und was Sie konsumieren, klar, mit Sicherheit die ersten Ideen, mal wieder zum Friseur zu gehen, mal wieder sich eine Pizza im Restaurant mit Freunden zu teilen oder in eine Kneipe zu gehen, sind mit Sicherheit Punkte, die als erstes wieder auf der Konsumseite stehen, aber die anderen Punkte, also ich weiß jetzt nicht, wer aktuell jetzt hier weiterhin großen Bedarf nach Waschmaschinen und Kühlschränken oder neuen Klamotten vielleicht hat, kann sein, dass es bei Ihnen der Fall ist, bei mir ist es jedenfalls aktuell nicht der Fall, heißt also die Frage weiterhin, nebst dem Handelskonflikt, den haben wir noch gar nicht gesprochen, zwischen den US-Amerikanern und den Chinesen, der ja weitergeht, die Börsengeschäfte, nebenbei noch mal angemerkt, vor oder um Wahlen in den Vereinigten Staaten, haben meistens eher zu schlechteren, schlechteren Jahren an der Wall Street geführt. Aktuell, wie gesagt, blenden die Märkte alles aus, es wird alles gekauft, aufgrund der Notenbrandung, allen voran der Federal Reserve, das heißt die Märkte sehen aktuell nur das Positive und nur die Eröffnung, die Frage ist, wo lauert die größere Überraschung, wenn genau das nicht eintritt und für mich ist breiter weiterhin hier die Antwort darauf, die Überraschung lauert auf der unteren Seite, mag vielleicht auch keinen verwundern und ich bin auch nicht unbedingt gerade so negativ, Aktien werden gegenüber eingestellt, nur wenn die Märkte an einem Allzeithoch sind, ist logischerweise, und das dürfte jeder sehen, natürlich die Chance, dass der Markt wiederum mal ein wenig zumindest korrigiert, wie es ja in der letzten Woche der Fall gewesen ist, großer Aufschrei, auf einmal zweite Welle droht, ja, die droht immer noch und findet medial auch gerade wiederum ein Stück weit kaum mehr statt, nur sehen wir ja logischerweise auf der Short-Seite größeres Risiko hier, die Long-Seite ist eingepreist, wenn aber aktuell der Markt nicht sich so stark erholt, wenn sich aktuell nicht die Wirtschaft so schnell erholt, wenn zum Ende des Jahres vielleicht nochmal wiederum eine erneute weitere Welle umhergeht, wie gesagt, die ganzen großen Proteste und das war kein Scherz am Anfang von mir, hat, sondern die ganzen großen Proteste, diese, ja, ach so wichtig gerade, nicht verschiebbaren Rassismus-Proteste, denn diese Rassismus-Problematik ist ja scheinbar gerade, wie ich es gerade so in die Medien nehme, aktuell ganz neu und ganz frisch gab es vorher noch nie und Polizeigewalt gegen Schwarz in Amerika gab es vorher auch noch nie, das heißt, da muss aktuell also protestiert werden, heißt, man könnte mit weiteren Infektionen also rechnen und vielleicht dann also hier weiteren auch mal eine weitere Abwärtskorrektur in den Märkten rechnen plus, die Programme der Notenbanken, sollten die alsbald an, weiterhin auslaufen, dann wird natürlich die Frage weiterhin bestehen, werden die verlängert, also viele Unklarheiten, viele Unklarheiten, viele Fragen auch in der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie aktuell, die auch mich betreffen, zu denen ich mit Sicherheit keine Antworten habe, die Aktienmärkte allerdings geben gerade schon die Antworten, denn die sind aktuell auf dem Weg in, oder haben es aktuell schon wieder getan, auf neue Allzeithochs, die Frage, ob das dauerhaft, dauerhaft, dauerhaft passieren und so laufen kann, können Sie sich selber beantworten, wie gesagt, für mich geht das hier etwas zu schnell und das heißt für mich weiterhin auch, selbst wenn mein Account hier gerade wiederum in Richtung Einstand zurückfällt mit meinem Trading hier, für mich heißt das trotzdem weiterhin, dass ich hier definitiv auf der Short-Seite eher ausgerichtet bin, als auf der Long-Seite. Gestern wieder ein bisschen Gewinne mitgenommen in den Aktien-Long, keine Verwunderung vielleicht bei einigen von Ihnen, wenn auf einmal eine Thyssen-Krupp-Aktie innerhalb von zwei Handelsfragen sechs, sieben Prozent vorne liegt. Bei mir mit meiner, ja nicht langjährigen, aber schon, ich bin auch ein paar Tage schon länger an den Börsen unterwegs, Erfahrung sind das schon ein paar Fragezeichen, die dort entsprechend jedenfalls nach oben gehen. Plus im Übrigen, Rezessionen dauern tendenziell auch eher 16 bis 18 Monate und nicht zwei bis drei, da dies natürlich nun, das wäre die politische Argumentation, da dies eine administrierte Rezession ist und ein globales Herunterfahren der Wirtschaft, könnte also diese auch schneller beendet werden. Nun, weiß ich nicht, ob es so ist, ich, wie gesagt, habe dort große Zweifel und die habe nicht nur ich in den Märkten, wir haben auch durchaus die einen oder anderen Marktteilnehmer. Trotzdem, klar, definitiv, Aktienmärkte sprechen hier derzeit eine andere Sprache und je mehr die Aktienmärkte sich positiv bewegen, desto mehr müssen wir natürlich schauen, dass wir hier auch ein Stück weit an diesem Kuchen nicht vorbeilaufen und nicht nur die Sahnehaube hier mitnehmen, versuchen mitzunehmen, sondern auch mal ein paar ein Stück vielleicht hier mitnehmen zu wollen in unseren Handelsentscheidungen. So, Carola, bin im WTI-Long, genau, habe ich gesagt, WTI-Long, also du meinst wahrscheinlich den CFD-Kontrakt, den WTI kannst du ja direkt bei uns jetzt hier nicht handeln, den CFD, also den Kursdifferenzkontrakt auf Öl, US-Öl nennen wir es, der sieht weiterhin gut aus, Carola, da bin ich bei dir, auch da habe ich ja noch die kleine Short-Position, sollten wir hier nochmal bis zu 40 ranlaufen, dann sind wir hier gut auch mit der zweiten Long-Position dabei. Sonja, guten Morgen, sehr schöne Punktlandung gestern bei deinem Euro-Dollar, ja, genau, hat mich auch gefreut, ging ja dann relativ schnell und der Markt hatte wirklich relativ schnell hier nach unten, das war eine heiße Kiste, kam vom Strandspartiergang zurück, der Markt entdeckte nach oben, dachte, na, habe ich jetzt hier den Ausstieg verpasst, nachdem dann diese Kerze geformt war, lief es dann massiv nach unten und hatten wir ja wirklich innerhalb von zwei Stunden hier richtig genau die Punktlandung erreicht. Schön, aber freut mich Sonja, dass du den Trade hoffentlich hast mitnehmen können. Erstmal weiter viel Erfolg für Sie, wie gesagt, DAX Long, erst einmal für den Moment, Euro-Dollar mittelfristig weiterhin eher Short, Euro-Yen weiterhin auf der Short-Seite unterhalb der 120,55 wären eigentlich so die ersten und die nächsten Trades, die ich hier aktuell sehe und den Gold-Trade hat es schon rausgeschüttelt hier aus dem Markt, schön Murphy's Law, einmal unten Stop-Loss gehuscht und jetzt wieder dreht es nach oben. Hier würde ich eventuell sogar auf der Long-Seite erneut einsteigen, sollte der Markt sich wieder nach oben hin auf der Long-Seite aufwärts bewegen, würde ich da vielleicht nochmal eine erneute Long-Position nehmen. Problematisch ja oft in diesen Seitwärts-Märkten hier, das ist keine Entschuldigung, aber ist einfach ein Fakt, dass die Markte gerne oft und lange seitwärts bleiben, bis auch der Letzte aus dem Markt herausgedrückt ist und das ist mit Sicherheit hier eher nur das dauerhafte Phänomen von den Marktsteilnehmern. Aber wenn der Markt dann anfängt zu laufen, ist man vielleicht nicht mehr dabei, vielleicht wohl dann sehr oft natürlich hier 17,28 Widerstandszone, dann die große Chance hier lauert mit einer starken Bewegung nach oben. Also hier habe ich weiterhin die Augen vorne offen und gucke, was passiert. Aber wie gesagt, hier Gold-Long-Aktienmärkte, vielleicht eher Short wäre jedenfalls die althergebrachte Bewegungsmöglichkeit. In diesem Sinne, erstmal viel Erfolg, dann bis später. Alles Gute. Ciao, ciao.